Musik Mein Name ist Walter Friedl. Wir sind hier eine kleine Bäckerei, Konditorei mit Kaffee in der schönen Altstadt Rodenburg-Opter-Tauber. Bekannt sind wir natürlich durch unsere Schneeballen, aber außer Schneeballen machen wir noch viele andere Produkte. Und vor zwei Jahren wurde ich natürlich aufmerksam auf das Aquaspin-Produkt von der Firma Preiss. Im Nachhinein freut mich das richtig. Man hat die Möglichkeit, das super zu beurteilen und seine Zufriedenheit auch entsprechend auszudrücken. Der Einsatz ist natürlich ganz hervorragend in den Backöfen. Es ist keine Verkalkung mehr vorhanden. Die Entsalzungsanlage konnte ich jetzt komplett von dem Backofen entfernen. Das bedeutet, die kompletten Schwellrohre verkalke nicht, es ist alles frei. Also super Produkt, super zu empfehlen. Aber es ist ja nicht nur der Backofen, es bezieht sich auch auf das ganze Haus und auf die Produkte. Also gehen wir weiter einfach als nächstes Produkt zu dem Sauerteig, man geht zu den ganzen Brotprodukten. Die Entwicklung des Teiges ist natürlich wesentlich vorteilhafter. Die Hefe, der Einsatz von Hefe wird verringert, ist natürlich auch ein Kalkulationspunkt. Natürlich wesentlich besser, ist da ganz logisch. Ja, jetzt ist natürlich auch der Geschmack und die Qualität ein ganzes Stück besser. Also wieder Toppunkt für Aqua Spin. Dann geht das Ding weiter. Wir produzieren auch Eis. Tja, da kommen die Leute, man glaubt es gar nicht, wo die überall herkommen, hier bei uns Eis zu kaufen. Ja, wieso denn das jetzt plötzlich? Plötzlich schmeckt das ganze Eis fruchtiger. Der Geschmack ist wesentlich besser. Und zu dem Eis gehört natürlich auch eine Tasse Kaffee. Ja, das ist natürlich ganz wesentlich. Sind wir wieder bei diesem Aqua Spin Produkt zur Unterstützung. Ja, sehr empfehlenswert. Der Kaffee hat natürlich einen wesentlich besseren, angenehmeren Geschmack. Insbesondere der Espresso natürlich, ja. Letztendlich, ja, es gibt einfach nur eines zu sagen. Ich kann diese Aqua Spin Produkte sehr gut empfehlen. Ja, es gibt einfach nur eine Tasse Kaffee. 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 Untertitelung des ZDF, 2020